Ja, wir sind jetzt hier in Tarifa angekommen. Wir sind gerade hier auf diesen Berg gestiegen mit diesem fantastischen Panoramablick. Hinter uns die Straße von Gibraltar und die afrikanische Küste. Und wir haben ein tolles Haus am Strand und man kann sogar von hier auf den Startpunkt sehen da drüben. Ja, dann geht's los und ich freue mich auf ein tolles Finale hier. Wir haben noch ein paar Schwimmer vor uns und wir sind hier nicht an erster Position und ich bin froh, dass ich diesen Slot hier überhaupt bekommen habe. Das ist ja nicht so ganz einfach, weil diesen Kanal versuchen hat extrem viele Leute zu schwimmen, weil er halt auch ein guter Einstieg ist. Für uns ist es ja das Finale oder der krönende Abschluss hier in Gibraltar und deswegen war es schwierig. Aber letztendlich egal, wir sind jetzt hier, wir bekommen unsere Chance und die werden wir natürlich auch nutzen. Ist ja gar keine Frage. Wir sehen uns, wir machen uns zum nächsten Mal. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020